Sieht doch definitiv viel viel geiler aus so. Teppich fehlt mir. Dekorationen, Boden. Hm, was für ein Teppich würde ich hier gut aussehen? Kann man den färben? Und ich glaube das L würde ich hier am Besten... Ne, vielleicht noch größer? XXL? Nee. Aber das hier vielleicht? Ja, dann würde ich Creme nehmen. Ah, passt jetzt auch nicht zur Wand hier. Dann suchen wir uns mal was anderes. Hier sind schon einige geile neue Dinger hinzugekommen. Die kannte ich gar nicht, diese runden Teppiche. Den nehmen wir jetzt. Sieht einigermaßen flauschig aus. Ähm, hm. Aber jetzt fehlen mir noch Lichter. Deckenlampen. Der sieht irgendwie am nicesten aus, finde ich. so. Dann machen wir mal diese Art Licht an. Den hier aus. Ja, okay. Der... Krass, wenn ich den hochhebe, leuchtet der mehr aus. Dann holen wir den noch einmal. Und tun den hier hin. Warum ist jetzt Licht wieder ausgegangen? So, jetzt beleuchtet er den ganzen Raum hier. Warum erkennt ihr den hier nicht als Küche an? Hier ist auch alles für die Küche da. Warte mal, ich habe eine Idee, was man hier vielleicht machen könnte. Ah. Muss ich erst mal hier oben. Genau. Und dann... Ja. Nee. So, was haben wir zuletzt gekauft? Den. Nochmal in dem. Da brauchen wir nur eine einzige Lage für hier. Hoppla. Wieder da hin. Und... Das wieder verkaufen. So. Und neulich gekauft. Den weiß. Und dann hier. Ja. Und hier. Und wieder draufsetzen. Und... Abkaufen. Ist doch viel geiler aus. Mit so einer Säule. Ah, da ist eine kleine Farbnuance. Unterschied. Egal, die sieht man nicht. Jetzt brauche ich hier aber auch Lampe. Lichter. Deckenlampen. Was nehmen wir für hier? Wir nehmen die in weiß. Und machen die so. Dann brauchen wir hier noch einen Lichtschalter. 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 Wir haben hauptsächlich den. Und packen den. Hier hin. Ja, okay. Geht. Geht. Geht auf jeden Fall klar. Dann will ich hier aber noch Vorhänge haben. So. Boah. 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 Die sind auch geil. Auch neue Vorhänge dazu gekommen. Schauen wir uns mal den an. Ah, zu schmal. Vielleicht der? Auch zu schmal? Der wäre zu breit, aber... Gucken wir uns den erstmal an. So, ran, rauben und haben wir es auf jeden Fall. Und hier auch. So, ich würde sagen, mit Wohnzimmer werden wir an sich eigentlich fertig. Die Lampen sind da, Küche haben wir auch, wird aber als Zimmer erkannt. Ah, da können wir den Mülleimer dahin packen. Warte mal, Dekorationen. Wo haben wir das? Stehende Deko. Glas Duschwandel. Säule ist hier. Moment. Wir können hier einfach mal eine Säule hinbauen. Unglaublich. Geil. Aber warum? Hat was auf jeden Fall? Definitiv. Goldstatus Karen. Das ist ein Oscar, glaube ich. Dunkelgrau. Gelb. Creme. Hell. Nice. Gibt es hier jetzt auf einmal Oscars? Wo gab es einen Mülleimer? So, vielleicht. Schauen wir uns hier mal alles an. Spezial dessert. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Nicht für hier. Oh, Bücher. Bücher brauchen auf jeden Fall. Die dann hier hin kommen. So. Dann. Können wir sowas hier. Als Beispiel auch noch mit reinpacken. Bisschen Deko muss ja sein. Ah, so ein Schachspiel. Holz. Hier Zeder. Und hier Walnuss. Kuche. Schoko. Dann machen wir hier das Dunkle. Genau. Oder hier das Helle. Ja. Das ist ein Unterschied. Genau. Dann die Farbe. Wieso kann ich die hier nicht... Ah, das ist... Ja, okay. Hier wollen wir jetzt kein Cyberpunk Setting haben. Da werde ich ein bisschen gucken. Hier gibt es auf einmal Trainingsgeräte. Auf einmal gibt es hier... Dinger? Was ist hier auf einmal alles? Boxring Archer. Wir können uns jetzt boxen. Nice. Zeitloses Fahrrad. Okay. Piano. Musikorum. Notenständer. Schon geil. Können wir vielleicht irgendwann mal so eine Sporthalle oder sowas... hier renovieren, streichen. Das wäre richtig nice. Vor allem auch hier neue kleine Sachen. So kleine Möbelstücke sind auch neu hinzugekommen. Boah, so eine Obstschale. Ist nicht gefüllt. Gefüllt, komm. Lass mal gefüllt. Das hat auf jeden Fall was. Hier so eine Obstschale steht. 92 kostet nicht die Welt. Geht klar. Aber wo waren jetzt die Mülleimer? Ey, hier ist so viel mehr Details auf einmal. So machbar auf jeden Fall. Komm, das Buch kaufen wir uns noch. Das kommt hier. Stellen wir so hin. Ja. Da Smoothies und Shakes. Kann man da drauflegen. Ja. Machen wir ein kleines bisschen so versetzt. Ja. Sehr sehr nice. Ach so achst. Ja, dann wollen wir die Kettensäge hier auch noch haben. Die kommt hier schön versteckt. Genau hier in der Küche. Ja. Da gehört sie auch hin. Ah, Messerständer. Genau. Den brauchen wir auch noch für die Küche. Okay. Packen wir mal hier hin. Ja. So, Wäschekorb. Komm, Wäschekorb. Packen wir mal ins Badezimmer. Dann müssen wir aber schnell da rüber rennen. Ja. Ein Platz. Ähm. Ja. Okay. Wird wohl nix. So. So, Ständer mit Schneidbrettern. Ja. Den können wir hier dazu packen. Warte mal. Hier ist alles fürs Badezimmer. Wo sind die Müllhämer hin? So. So, den wollen wir in Weiß haben. Grün und Rot. Und dann ab ins Badezimmer. Das packen wir da hin. Einmal. Haben wir hier keinen Lichtschalter? Steckdose haben wir. Wir haben hier kein Licht. Oh. Lichter. Lichtschalter. Den hier. Und dann. Eben. Jetzt haben wir hier Licht. Dann wieder zurück. Zurück. So. Seifenspender. Ne. Kitty nicht. Doggy auch nicht. Doggy auch nicht. So. Seifenspender. Hier. Nehmen wir in Weiß. So. Kleines bisschen mehr. Ah. Millimeter genau. Kann ich das jetzt nicht machen. So. Gibt es hier noch Zahnpasta? Gab es hier auf jeden Fall mal. Shampoo. Da. Und. Hier. Hier. Ja. Das ist optimal. Dann machen wir hier einmal kurz auf. Und brauchen hier noch Shampoo. Ah komm. Wir nehmen das. So. Und die. Körperlaufen. Und die Maslow. Nehmen wir auch. Aber. Den in Grün. Und so. Perfekt. Dann. Behälter. Metallbäume, da haben wir es. Der kommt hier hin. So, passt. Gibt es hier noch irgendwas? Hier nichts, Büro brauchen wir nicht, Hobby. Was gibt es hier noch für Bücher? Gedichtssammlung kommt, da packen wir auch noch da hin. Hier hin. So, bisschen versetzt. Die graue Katze. Nee, süße Dessert. Uh, das wäre auch gut hier. Den haben wir hier. Den machen wir dann aber wieder so. Rotes Buch, blaues Buch. Dann Kunst hier. Musik. Sonstiges. Roche Sonnenbrille. Pior, Pilatisch, Schreibtafel. Und für Sport, Gymnastikball. Ah, die gab es aber meistens entweder so einem hellen blau oder rosa. Zumindest kenne ich die halt in rosa meistens. Das ist der kleine, dann will ich jetzt wissen, was der große von denen ist. Ja, okay. Wollen wir denen noch ein Fahrrad hier hinstellen? Parallel von Fest Pink ist. Pink ist. Kommen wir neben den hier. Sieht nice aus. Stellen den draußen hin. Können wir hierhin tun. Der sieht schon geil aus, muss man sagen. Der Fahrrad gefällt mir. Was ist das? Kann ich den irgendwie entfernen? Er gefällt mir nämlich nicht. Die Bäume lassen wir hier. Sieht irgendwie einigermaßen gut aus. Die Wege lassen wir auch da. Ich will nicht, so wie in meiner letzten Hütte, dass ich nicht mehr bis dahinten nennen kann. Hier fehlt uns Licht. Aber egal. Wir machen jetzt erstmal weiter Deko. So, wir hatten ein Hobby. Kinder brauchen wir nicht. Kosmetik. Was gibt es hier? Brauchen wir nicht. Küchen. Ja, so viel Besteck brauchen wir jetzt nicht. Aber es ist schon geil, dass die an sowas gedacht haben, dass sie jetzt da mehr hinzugefügt haben an Besteck oder Besteckmöglichkeiten. So, Obstschale hatten wir ja. Nice. Weißes Holz. Weißes Holz. Weißes Holz. Weißes Holz. Weißes Holz. Das packen wir dann hier hin. Den haben wir schon, den haben wir schon. Ah, der fehlt noch, weil das gehört ja zu denen. Quasi. Und hier dann eine Messer. Der fehlt ja in dem Messerblock. Das ist halt der hier. Ist ja vom Set her vom Design her gleich. Dann kann es ruhig der hier sein. So. Dann schauen wir mal, was gibt es hier. Küchen haben wir. Sauna brauchen wir nicht. Speziale Objekte. Drucklupe. Lineares Linealfetz. Werkzeuge. Brauchen wir jetzt auch nicht. Survival. Ja, hier brauchen wir jetzt auch nicht wirklich was. Das hier könnten wir vielleicht denen hier so hinlegen. Dann sind dort echte Gangster. Aber ich glaube nicht, dass diese Hütte jetzt für jemanden ist, der speziell ist. So Lichter wollten wir jetzt. Deckenlampen. So ein bisschen Flur brauchen wir auf jeden Fall. Interessant. Der sieht auch geil aus. Den machen wir aber mal in Gold. Der sieht schon nice aus. Komm wir nehmen den. Und machen den hier hin. Wenn wir jetzt hier mal Licht anmachen. Ah, hier ist auch noch einer. Aber hier fehlt noch. Ich glaube den brauchen wir nicht dort. Sondern der wäre dort besser. Denn wenn man hier rauskommt kann man direkt da dran. Wenn man hier rauskommt kann man direkt da dran. Und wenn man hier rauskommt kann man direkt da dran. Ja, der ist gut. Der gefällt mir hier. Dann jetzt noch für das kleine Schlafzimmer. noch eine Lampe. Welchen nehmen wir denn da wohl? Der ist zwar sehr cool, aber den hat man schon zu oft gehabt. Da müssen wir auch mal vielleicht mal was Neues nehmen. Oder Wandleuchten. Können wir auch gucken was gibt es hier so. Ja, die LED Streifen. Zwei Meter gibt es hier auch. Ja, okay. Hätte ich mir vielleicht bei meiner Bude viel Arbeit erspart. Hätte ich die direkt genommen. Ja, dann müssen wir hier irgendwas nehmen. Komm, wir nehmen einfach mal den in Weiß. So. Sieht schon cool aus. Wo haben wir einen Lichtschalter? Hier haben wir eins. So, dann würde ich sagen wir kaufen lieber hier noch eins. So. Und packen den hier hin. Und suchen uns schon mal wieder schöne Tapeten aus. Für Schlafzimmer. Goldenen Rahmen. Ja, aber die wollen wir jetzt nicht unbedingt. Ich würde sagen wir nehmen das hier. Sieht auch geil aus. Eins. Zwo. Drei. Und die vier. Zwo. Hier. Sieht schon nicer aus. Sieht wirklich nice aus die Tapete. Nur die wird uns nicht reichen. Sehe ich gerade. Naja, die wird niemals reichen. Okay, dann kaufen wir die jetzt noch zweimal. Und schauen uns einmal an, ob das jetzt reichen wird. Das müsste dieses mal glaube ich. so. Wahrscheinlich auch nicht. Habe ich hier auch alles? Na, die wird passen. Kann sogar den Rest wieder verkaufen. Wollen wir noch mal kontrollieren. Ob ich hier auch alles gemacht habe. Ja. Ich sehe auf jeden Fall nichts was fehlt. Dann würde ich aber einen anderen Boden hier nehmen wollen. Böden. Panele. Irgendwas helles auf jeden Fall. Irgendwas helles auf jeden Fall. Und vielleicht. Haben. Die machen wir mal für die Decke. Ich glaube mehr. Ich glaube mehr brauchen wir nicht. Ich glaube mehr brauchen wir nicht. Ne, das ist die falsche. Einen ähnlichen brauchen wir. Wasserabgrund. Könnte das vielleicht der sein? Naja, ganz weit weg davon. Gibt es dann nicht irgendwie. Hier sind grün. Vielleicht ist das unter blau. 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 Wir versuchen mal himmlisches. Vielleicht ist es das. Wir versuchen mal himmlisches. Vielleicht ist es das. Sieht schon sehr ähnlich aus. Passt wohl. Gut. Es war jetzt viel Geld für umsonst ausgegeben. Aber egal. Noch haben wir das hier. So. Und hier noch. Und das war's. Hier ist fertig. Mit den Wänden. Dann würde ich sagen. Als nächstes. Was ist das? Rein zoomen kann ich jetzt irgendwie nicht. Oder? Ne. Egal. Stellen wir das Bett davor. Hier kommt ein Schrank hin. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. In der nächsten Episode. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und tschau.